Was glaubt man, das ist die Fighter Osirio und heute gibt es das Awaken und Showcase und den Teambildaspekt zu LR Super Saiyan 4 Goku. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Wir brauchen für sein Erst-Awakening auf die TOR-Version 35 Mille aus dem neuen Dokument von dem LR Super Saiyan 4 Goku. Dann können wir ihn quasi danach zu der LR-Version Awaken. Und ich finde die SR-Version von den Charakteren sind übelgeil aus mit dem Golden Osirio im Hintergrund. Lasst mich wissen, welches Artwork ihr von den ganzen Versionen am besten findet. Soll aber nicht heißen, dass ich andere Artwork schlecht finde. Ja, da gab es in den letzten Tagen ein, zwei Missverständnisse, sag ich mal. Ich komme gleich darauf zurück zu sprechen, kurz. Dann brauchen wir für die LR-Version 35 Mille und 35 Mille aus dem älteren Super Saiyan 4 Goku Event oder aus der Stage, sag ich mal. Und dann wird er jetzt zu seiner LR-Version, unser Boy LR Super Saiyan 4 Goku. Im Endeffekt bringe ich ihn ganz schnell auf SA-20, traine ihn hoch auf 1150 und dann sehen wir uns gleich wieder quasi zum ersten Mal zum Teambildaspekt. Also geil sieht er auf jeden Fall aus hier. Genau, und so sieht der Boy dann aus auf der LR-Version, wie wir uns das Ganze betragt haben. Bevor wir uns den Boy ansehen, ein, zwei Sachen zu den Missverständnissen in den letzten Tagen. Ich meine, ist die schlimmen Missverständnisse können vorkommen, so ist es nicht. Aber ich habe dazu ein Statement gegeben zu den Charakteren selbst. Denn da kam was Falsches an. Ich habe die Charaktere nicht schlecht geredet. Ich hörte mein ganzes Statement, das ist ein bisschen viel gewesen. Auch vielleicht hier in den Kommentaren pinnen. Ansonsten ist es in dem Community-Beitrag. Aber, was ich von Anfang an gesagt habe, beim allerersten Video von den beiden Jungs, war, unterschätze nicht. Also das waren meine Worte im Endeffekt. Unterschätze nicht. Nur weil bei der Pass 80% dran steht, heißt das nicht, dass sie schlecht sind. Im Gegenteil. Er ist ein eines der besten Charakteren sogar. Wir kommen gleich noch zu sprechen, warum vereinzelt. Und Goku speziell an sich ist der beste Charakter gerade im Spiel, Freunde. Wegen seinem Leader-Skill, wegen seinem SM-Multipline, wegen seinem Link-Skill-Setup, weil sein Kateri so facettenreich ist, weil er in vielen Teams passt, weil er offensiv stark ist, defensiv stark ist und wegen dem Active-Skill ist. Und man hat einen sehr, sehr schönen Bonus, den man einfach mitnimmt und danach noch quasi die ganze Runde angreifen kann. Aber das ist, wie gesagt, gleich alles im Einzelnen. Jedenfalls, was ich aber gesagt habe, ist, ich habe es wirklich nicht schlecht geredet. Das ist so nicht. Ich habe gesagt, ihre Artworks, also das Artwork kennt man bereits. Es ist ein bisschen ähnlich wie das von dem Free-to-Play-Eleven-Vegeter. Ich finde es nicht schlimm, die Artworks sind trotzdem nice, aber man merkt, dass die Artworks quasi schon ein bisschen älter sind. Vor allem die Essay-Animationen, die Essay-Animationen der beiden Charaktere, das sind die Essay-Animationen von dem Battlefield Margin-Vegeter und Battlefield Goku. Die wurden nämlich um den Zeit herum, als das Battlefield neu rauskam mit den zwei Charakteren entwickelt, sage ich mal. Im Endeffekt, Freunde, wie gesagt, zum Missverständnis kann es kommen, ist wirklich nicht schlimm. Aber jetzt, damit ihr das quasi jetzt alle mal gehört habt, wie das so ist. Und im Endeffekt, ganz wichtig, vor allem in solchen Spielen wie Doka & Battle, werdet ihr von vielen YouTubern, sage ich mal, oder von vielen Spielern, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber von vielen Spielern, die wissen, wie das Spiel läuft und Ahnung von dem Spiel haben, ähnliche Statements zu hören, vor allem zu neuen Charakteren. Heißt im Endeffekt nicht, dass ich es nötig habe, irgendeinen anderen nachzuahmen, sei es content-technisch oder auch von der Art und Weise her, Freunde. Also, diejenigen, die mich kennen, das ist jetzt die Sache, wir sind schon, diejenigen, die schon lange dabei sind, die wissen, wir schocken das alles auf unsere, zum einen auf unsere eigene Art und Weise, sei es von Stil, Sympathie, Humor, etc. Aber das andere ist auch, das wisst ihr nicht, persönlich, weil wir reden hier immer noch von Monitor zu Monitor, aber persönlich bin ich ein Mensch, ich bin wirklich der Allerletzte, der es je nötig hat, irgendeinen anderen nachzuhaben oder nachzumachen. Ich mache meine, ich mache die ganze Sache, die ich mache auf meine eigene Art und Weise, sage ich mal, Freunde. Und, wenn ihr Feedback habt, immer gerne, aber dann bitte diskretes Feedback bzw. Kritik heißt Kritik erst oder Feedback erst am Ende, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt. Ich meine, es ist wirklich nicht böse, ich meine es auch nicht schlimm, ich wollte es einfach nochmal nur klarstellen, weil wenn ich dann im Endeffekt grundlose und geistig fragwürdige Äußerungen bekomme, dann müssen sich diejenigen, das zählt nicht für jeden, Freunde, das zählt wirklich nicht jeden, das soll sich nicht jeder angesprochen fühlen, das zählt nur für einen Bruchteil der Zuschauerschaft, dann müssen sich diejenigen, die geistig fragwürdigen, die müssen sich dann fragen bzw. die müssen sich dann nicht wundern, dass sie von mir eine entsprechende Antwort bekommen. Also am besten, wenn ihr etwas zu sagen habt, Freunde, immer nur gerne, aber lernt euch zu artikulieren und dann könnt ihr das Wort gegen mich richten, weil Bullshit-Kommentare oder Bullshit-Vorwürfe, die total grundlos sind und abermals geistig fragwürdig, da müsst ihr euch dann oder da müssen diejenigen sich dann, weil das trifft wirklich nicht auf jeden zu, da müssen diejenigen sich dann, dieser Bruchteil, sich nicht wundern, wenn sie eine entsprechende Antwort bekommen. Soll wirklich nicht böse sein, soll nicht arrogant klingen, aber bei mir bekommt jeder seinen Senf, sage ich mal. Ich gehe sowohl auf Positives ein, als auch auf Negatives und jeder bekommt von mir eine Antwort, Freunde. Ich finde, das ist gerecht. Naja, kommen wir zum Kontext, kommen wir zum Kontext. Und zwar, LL-Super-Sane für Goku ist vom Super-AGL-Typus Level 150, er ist 820, ich habe keinen Duke bei ihm, er sitzt auf 55%. Sein Niederskill ist folgendes, er gibt der Gokus Lineage-Kategorie, die gucken wir uns gleich an. Key plus 3 HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130%. Oder Super-AGL-Karakterin Key plus 3 HP, Attack 100% 120%. Super-Attack funktioniert folgendermaßen, die erste Super-Attack tut massively seine Verteidigung erhöhen, das ist um 100% und macht Kolosse-Damage. Die zweite Super-Attack tut seinen Angriff und die Verteidigung massively erhöhen für eine Runde, wohlgemerkt, sowohl die erste als auch die zweite Super-Attack und macht mega Kolosse-Damage. Massively auf den Angriff heißt nicht, dass er 100% auf den Angriff bekommt, sondern auf den SE-Multiplier, auf die Verteidigung sind es aber 100%. Heißt, deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil die machen wirklich sehr, sehr guten Schaden. Jedenfalls, die Passive funktioniert folgendermaßen, Goku hat immer 80% auf den Angriff, tut seine Verteidigung aufbauen, auf bis zu 80%, in 20% Schritten, sorry. Und zwar passiert das in jede Runde, in die er reinkommt, bekommt er 20% auf die Verteidigung, Maximum 80%, um es einfach zu sagen. Zudem erhält er für jeden Rainbow- und AGL-Orb, den er einsammelt, zusätzlich Key plus 2, also er bekommt wirklich sehr leicht auch seinen Ultra-Super-Attack, weil es ist für Rainbow- und AGL zusätzlich Key plus 2. Er hat eine Medium-Chance, das sind 30% gegnerische Super-Attacks zu dodgen und zu kontern. Active-Skill ist bei diesen Charakteren quasi jetzt mehr oder weniger auf das, was sie ausgelegt sind. Ihren Active-Skill kann er aktivieren ab Anbeginn der vierten Runde, einmalig pro Kampf. Und dann tut er seinen Angriff, diesmal ist es der Angriff, nicht der SE-Multiplayer, nämlich seinen Angriff um 100% steigern und macht Ultimate Damage, das sind 750% auf den SE-Multiplayer. Und dementsprechend, Freunde, sollte man das wirklich nicht unterschätzen und wenn ihr den Active-Skill aktiviert, schaut drauf, dass ihr ihn richtig positioniert, weil die 100% kommen für diese Runde oder für diesen Angriff auf seinen Angriff und nicht auf die SE-Multiplayer. Deswegen macht es auf jeden Fall was aus, wo ihr ihn positioniert etc., aber das sehen wir gleich. Und das ist halt eine Sache mit dem Active-Skill, ihr aktiviert diesen Active-Skill und habt danach noch komplett eure ganze Runde, die angreift. Also es ist ein wirklich sehr, sehr guter Zusatz und er ist frühzeitig, frühzeitig kann man diesen Active-Skill nutzen, also eher als wenn wir mit so einem Vergleich hätten, Vegito und Goetha, ihre Transformation, die sind eher fragwürdig, ob sie triggern, aber die Active-Skills, die sind früh aktivierbar, sage ich mal. Dementsprechend ist es auch wirklich, da haben die auf jeden Fall einen Bonus. Links-Skill haben wir an der Stelle, Super Saiyan, ganz klar Logo, dann haben wir Saiyan Raw, 25% auf den Angriff, das merken wir uns, Key-Plus-Zeit, Prepare for Battle, wir haben hier an der Stelle Kamen-MH, sollte das Ganze dann richtig sein, 2500 auf den Angriff, wenn der Super Attack startet, dann haben wir GT, Key-Plus-Zeit, wir haben hier Fears Battle auf den Angriff, 15% und Legendary Power, wenn der Super Attack startet, dann 5000 auf den Angriff, konstanter Wert. Und in den Katorien ist er vertreten, hier in Shadow Dragon Saga, Pure Saints und Gokus Lineage, Freunde. Wenn wir uns den ganzen Ball mal ansehen, in Sachen Team-Mill-Aspekt, natürlich achtet ihr dann auf jeden Fall darauf, dass ihr Goku in einer Rotation haltet. Heißt, wie immer, wir bauen uns zwei Rotationen und in die bauen wir quasi dementsprechend, wie gut die sich linken. Jetzt gucken wir uns erstmal die Charaktere aus seiner Kategorie an, seine Kategorie ist wirklich sehr groß und facettenreich, da geht wirklich sehr, sehr viel, da hat er auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Vegeta, denn da geht übertrieben viel. Da sind Gokus drin, Goans drin, Badoks drin und so weiter, Freunde. Und, ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt natürlich auch super Agile-Charaktere mitnehmen, das merken wir uns mal. Jedenfalls, welchen Partner, welche Partner sind gut für Super Saiyan 4 Goku? Auf jeden Fall, mindestens Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan. Umso besser, wenn der Partner Saiyan Raw hat. Denn Saiyan Raw sind 25% auf den Angriff und der beste Partner in seinem Team ist Full Power Goku. Denn Full Power Goku hat Prepare for Battle, Super Saiyan, Fierce Battle, GT Linkskill, den Key Plus 4 und Saiyan Raw insgesamt Key Plus 4, Attack Plus 50% sollten das rein. Die Rotation, wenn ihr Full Power Goku und LR habt, die behält ihr. Das ist die beste Rotation für den LR Super Saiyan 4 Goku. Die zweite, ähnlich aufgebaut. Dann schaut euch eure guten Charaktere an und baut die zweite Rotation. Nehmen wir mal an, ihr habt einen LR Gohan, dann müsst ihr natürlich für LR Gohan einen guten Partner suchen. Der sollte auch Prepare for Battle, Super Saiyan 4 Battle haben. Dann ist das auf jeden Fall gut gedeckt. Zum Beispiel könnt ihr nehmen Super Saiyan 3 Badok, der hat ja Prepare for Super Saiyan 4 Battle. Oder, ich mach meine Zeit-O-Sendung dann so, ich nehme meinen LR Goku mit. Bei LR Goku ist es schwierig, weil wir wissen, LR Goku braucht auf jeden Fall einen, der over eine Flash hat. Und Shouting Limit wäre zusätzlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn der Partner over eine Flash hat, so wie jetzt zum Beispiel Super Saiyan 3 Badok, dann passt das vorerst. Weil mit LR Goku wollen wir auf jeden Fall auf die 18 Key kommen. Da müssen wir uns quasi mit Supportern aushelfen. Aber meine Rotationszeitung sieht dementsprechend so aus, wie ich das gebaut habe. Badok mit unserem Boy LR Goku. Wir haben Super Saiyan, Experience Fighters over eine Flash. Dann nehme ich noch einen Rotationscharakter mit, der individuell stark ist. Rein rausruzieren, der macht seinen Job gut auf beiden Rotationen. Das wäre bei mir dann LR Gohan. Und auf jeden Fall ein Supportcharakter. Und einer der besten Supportcharaktere in Gokus Lineage-Kategorie ist auf jeden Fall Super Saiyan 3 Goku GT. Denn er gibt 33% für jeden. Er hat over eine Flash für LR Goku zum Beispiel. Und er hat noch Saiyan Raw für den LR Super Saiyan 4 Goku. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Saiyan Raw Partner habt für Goku, also in Gokus Linage ist es quasi nur entweder der Supporter oder der Full Power Goku, dann ist das nicht schlimm. Dann könnt ihr ja noch im Endeffekt Super Saiyan-Karaktere mitnehmen. Dann schaut ihr zum Beispiel in eure Super Saiyan-Karaktere rein. Oder wenn ihr zum Beispiel, wenn euch ein Saiyan-Karaktere fehlen, Freunde, dann könnt ihr auch die Super Saiyan-Karaktere mitnehmen. Darauf wollte ich hinaus. Aber am besten zeige ich euch mal zwei, drei Setters. Das ist ja mit meiner. Und zwar zum einenseits habe ich sowas gebaut. Also im Endeffekt hat ja nicht jeder die Charaktere, die ich jetzt habe. Oder jeder hat verschiedene Charaktere. Aber dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, wie könnt ihr eure Setups bauen. Einfach nach dem Prinzip, was ich euch gerade erklärt habe. Beispielsweise nehmen wir mal, ich hätte keinen LR. Dann kann ich zum Beispiel in der Routation spielen diesen Boy mit Goku. Der nach seinem Awakening ist gar nicht mal so schlecht. Den kann man auf jeden Fall spielen. Aber ihr merkt schon, okay, der hat keinen Saiyan Raw. Dann könnt ihr vielleicht einen Charakter mit rein, wenn der Saiyan Raw hätte. Entweder Super Saiyan 3 Goku GT. Oder dann einen aus der AGL rein. Nämlich zum Beispiel, es gibt ja noch AGL Super Saiyan 4 Vegeta. Nur weil die 120% bringen, ist das nicht wenig. 120% sind auf jeden Fall gut noch zu verkraften, sage ich mal. Dann könnt ihr zum Beispiel auch euren Super Saiyan 4 Goku in der Routation haben mit dem Super Saiyan 4 Vegeta. Weil er Saiyan Raw hat. Dann quasi, wenn ihr keine LR habt oder so, guckt ihr einfach in eure Charaktliste rein. Welche Zeit-Routation könnt ihr bauen? Die erste ist auf jeden Fall mit Super Saiyan 4 Goku gedeckt. Ihr könnt natürlich auch die zweite mit dem Friends Super Saiyan 4 Goku bauen. Das geht auch. Aber zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel Ui Goku mitnehmen können in der Routation mit dem Strength God. Gut, na klar, der ist jetzt nicht Awakened. Aber wäre er Awakened, umso besser. Der hat natürlich dann noch zusätzlich The First Awakened sind 25%. Also wirklich auch sehr, sehr gut. Das kann man auch spielen. Oder Ui Goku mit Bardock würde auch gehen, weil die haben beide auch The First Awakened. Ihr könnt den Ise Goku mitnehmen. Warum nicht rein und raus notieren? Ein weiterer Supporter der Gohan. Er ist jetzt nicht Awakened, aber wäre er Awakened ist auch wirklich gut. So ist es nicht. Oder ihr greift halt natürlich auch, zum Beispiel, wenn ihr wenige Goku's Lineage Charaktere habt, auf die Super Aguil-Charaktere zurück. Weil die Super Aguil-Charaktere sind wirklich gut, Freunde. Ihr könnt da einen Gogeta Blue mitnehmen. Ihr könnt Hoda mitnehmen, falls euch ein Supporter fehlt. Und Hoda hat auch same draw für Goku im Endeffekt. Heißt, wenn ihr keinen Vegeta hättet, irgendeinen anderen aus Goku's Lineage Charakter, dann geht das natürlich auch an der Stelle. Also im Setup in Konstellation her geht wirklich, ihr merkt es schon, da geht wirklich sehr, sehr viel bei Kakarot. Und das ist das Geile an ihm. Wir haben hier einen Super Saiyan Bardock zum Beispiel noch als Supporter dabei. Wir haben natürlich noch einen LR Bardock. Den habe ich auch nicht. Wenn ihr einen LR Bardock habt, könnt ihr ihn auch in der Rotation spielen mit irgendeinem anderen Charakter. Das ist gut mit dem Link. Aber im Endeffekt, von Setup her geht es wirklich sehr, sehr viel. Macht euch bewusst. Sucht euch auf jeden Fall, wenn es geht, einen guten Partner für euren LR Super Saiyan 4 Goku aus. Wenn ihr keinen Partner mit Saiyan Draw habt, dann nehmt einen Supporter mit Saiyan Draw. Aber vergisst die Super Aguil-Charaktere nicht, weil ihr könnt natürlich auch Super Saiyan 4 Vegeta nehmen. Macht euch die Zeitruktionen bewusst. Wollt ihr den LR, den Friend Super Saiyan 4 Goku nutzen? Ja, nein. Dementsprechend baut ihr eure Zeitruktion. Bei mir ist der Super Saiyan 3 Bardock mit LR Goku. Nehmt einen Charakter. Ihr könnt natürlich auch Saiyan-Supporter mitnehmen. Dieser Super Saiyan-Bardock ist auch sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ihr quasi einen LR-Charakter habt wie LR Goku. Der gibt dann Kipno-Site zusätzlich dazu. Den könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich verzichte immer noch auf ihn. Aber einen Supporter, den ich auf jeden Fall drin habe. Wenn ihr einen Super Saiyan 3 Goku GT habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall auch nutzen. Oder wenn ihr dann quasi in der Lage seid, in Zukunft ein paar Tagen LRB-Pan zu holen. Können wir einen LRB-Pan auch mitnehmen. Sie ist zwar nicht der Klass-Supporter, weil ihr Active Skill dann auch supportet. Aber wäre auch eine gute Charakter, die man rein und raus rotieren könnte, Freunde. Mein Team sieht im Endeffekt dann so aus. Dann würde ich sagen, wir packen das Team mal an und gehen rüber in ein Doken-Event. So, jetzt sind wir im Event von Vegeta. Ich habe die Kopfhörer aufgesetzt, weil wir haben jetzt auch Boys. Jetzt bin ich mal drauf geschaut, wie das Ganze verlaufen wird. Also mit den Boys. Zu den Boys sage ich gleich was dazu. Ich hoffe, man hört nicht gut. Vielleicht könnte es sein, dass ich ein bisschen schreie. Aber das bekommen wir auf jeden Fall geregelt. Jetzt die Sache folgendes. Wir haben schon die perfekte Oration, Freunde. Schaut mal. 2-2-2 mit dem Full Power ohne Full Power 185. Also den, die nutzen wir auf jeden Fall ja an der Stelle. Und dann wäre es gut, wenn ihr Rainbow und oder Argyll-Obs. Oh lol. Ja, okay, na, passt alles. Jetzt aufbewahrt für Goku. Zum Beispiel nimmt auf jeden Fall die Schiene, wo ein Rainbow auch dabei ist. Das ist noch mehr Orbsos, nicht? Aber ihr merkt auch schon. Die kommen so gut einfach auf ihre Ultra-Super-Dex. Sie haben über 500.000 HP. Und die Relation mit Full Power. Full Power Goku. 2 Millionen. Ohne Dupe. Der hat keinen Dupe bei mir. Kommt auf 2 Millionen. Das ist übertrieben geil. Also Gokus Team. Auf jeden Fall. Also die Katori. 2,9, Freunde. Von Anfang an 2,9. Und das ist eben der Vorteil, den er gegenüber WG-Tat. Vegeta muss den Angriff aufbauen. Soll wirklich nicht heißen. Ihr wisst es, haben wir jetzt auf jeden Fall geklärt. Soll nicht heißen, dass wir da schlecht ist. So ist nicht. Aber aktuell in Dukan ist einfach Vorteilachter, wenn ein Charakter, vor allem wenn Elek-Charaktiere, direkt mehr Angriff haben, als dass sie ihre Angriff aufbauen müssen. Das merkt man einfach. Der Unterschied ist da viel größer. So, die Relation müsste dann quasi noch zurecht pflücken. Hier müsste Barduk ein. Barduk habe ich raus, weil ihr merkt schon. Also Elek, ihr könnt zum Beispiel auch Elek-Charaktere mit Elekoren halten. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Ihr seht es. Bis das machen wir es einfach mal so. Elek-Charaktere, den bringen wir dann irgendwie dann wieder ins Spiel. Weil wenn der nicht sein Partner hat, dann merkt, der kommt nicht auf seine Ulti. Der Friend als Sai-Dup ist mir drauf, was er leisten wird. Drei Millionen, Freunde. Seht ihr das? Und jetzt die SA, die, die das im Kopf haben, die sind wirklich ähnlich wie die von Battlefield, Majin Megeta und Goku. Ist wirklich nicht gesagt schlimm. Aber, weil wir eben, also man merkt, dass sie veraltet sind, die SA-Animationen. Sie sind trotzdem gut, aber sie sind veraltet, weil nachdem wir so einen Augenschmaus, so einen Kinofilm, Kurzkinofilm haben, SA-Animationen von Rosé, Goetha und Broly, hat man es für die Vierjährigen, oder zumindest ich, auf jeden Fall SA-Animationen, technisch sehr viele erwartet, aber die Charaktere sind trotzdem sehr, sehr gut. Warum Scoop mit der beste Charaktere, Freunde? Ganz einfach. Seien die das Spiel? Oh, die Rotation. Oh mein Gott. Genau, das ist die Rotation. Genau, das ist die Rotation. Jetzt wartet mal, warte. Ich stelle das Ganze mal so auf. Weil in der Mitte bekommt er noch mehr. GT noch zusätzlich dazu von... Ja, 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 das wird... Oh mein Gott. 531.000... Was? Okay, 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 okay. Und das wird einfach noch höher, weil er mit der Super-Attack noch auf den SM-Ipa 100% bekommt. 2,25 von Full-Power-Go-Go. Lass mich ganz mit drücken, was Karotte hier zustande bringt, dann gehe ich ganz kurz drauf ein. 3,7... 3,7 Millionen. Das sollte meiner sein, glaube ich. Ohne Due. Das werden wir gleich sehen. Aber 3,7 Millionen. Auf dem Radar. Und dass das rauskommt, ist natürlich auch... Auch eindrucksvoll, sage ich mal. Richtig geil. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir den... Ähm... Ein Ultimate-Skill. Und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert mit dem Ultimate-Skill. So. Bam. Bam. Und zwar Ultimate-Skill, Freunde. Achtet ihr auf... Oder Active-Skill. Active-Skill. Positioniert auf jeden Fall euren Goku so, wo er quasi am meisten angefasst. Sagen wir mal, das wäre in dem Fall so... Ja, in der Mitte, mehr oder weniger. Und... Oder ja, hier links würde ich es auch tun. Jedenfalls, weil, wenn ihr den Active-Skill aktiviert, dann drückt ihr einmal drauf. Und ganz wichtig, wenn ihr schon Ops einsammelt mit dem Goku, dann könnt ihr seinen Active-Skill nicht mehr aktivieren. Heißt, ihr müsst das jetzt aktivieren, wo er keine... Indem er noch keine Ops eingesammelt hat. Ihr drückt einmal drauf und zieht das ganz hoch. Ich bin mal kurz leise, weil es einen Voice hat. Dann sage ich gleich dazu. Dann aktiviert es sofort. Guck mal. Das war einfach zusätzlich 2,4 Millionen Krill. Aber... Und jetzt kann ich nochmal komplett angreifen. Die Sache ist, Freunde... Eine Sache. Ich finde, die Animation sieht gut aus. Sie ist nicht so schlecht. Sie ist gut. Aber warum ist der Audio-Effekt wie von meinem Radio aus 1980? Also, bitte. Keine AD. Audio-Quali ist ein bisschen... Mäh. Jedenfalls, wie gesagt... Ich rede es nicht schlecht, aber trotzdem. Man, da Audio-Quali hätte man auf jeden Fall was hochschrauben können. Jetzt am Ende vielleicht Fazit, Freunde. Warum ist Super-Skill-Fagucke der beste Charakter? Ihr seht es. Seine Charakter ist so facettenreich. Da sind sehr viele Linken-Partner für sich. Aber auch viele Rotationen, die man nehmen kann. Viele Supporten, die man reinnehmen kann. Da sind einfach viel mehr Charaktieren. Gute Charaktiere. Beste Charaktiere, sag ich mal. Die Charaktiere sind zugänglich. Von Free-to-Play bis LR. Dann... Da sind Zeit-Skill-Super-Arguel. Super-Arguel-Charakter gibt es auch sehr viele. Aber vor allem gibt es solche Super-Arguel-Charaktiere, die auch gut in sein Team passen. Wie zum Beispiel ein Torda mit 10-Raw, etc. Pass haben wir gesehen. Attack und Def. Also, offensiv sehr stark. Defensiv sehr stark. Das haben wir gesehen. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Zusätzlich dazu macht er sehr oft seine Ultimates. Weil... Wegen seiner Passive. Weil er immer zusätzlich pro Rainbow und Arguel-Orb-Key plus Zeit zusätzlich dabei bekommt. Heißt, von der Utility her hat er auch ein sehr, sehr großes Nutzen. Er muss seine Verteidigung aufbauen, aber er tankt trotzdem gut. Das haben wir gesehen. Seine Link-Skills sind sehr gut. Wir haben Prepare-For-Battle. Am Start Super Saiyan 4s Battle und Saiyan-Raw. Saiyan-Raw ist einfach Saiyan-Raw. 25% auf den Angriff für einen LR-Charakter. Macht so viel aus, Freunde. Und der Active-Skill. Der Active-Skill ist frühzeitig aktivierbar. Wir haben es gesehen. Im Vergleich dazu, wenn wir solche LR-VG-Skillete hätten. Die Transformationen, die kommen sehr selten vor. Die haben zwar einen Heal für Super-Battle-Raw. Kann man das auf jeden Fall nutzen. So ist es nicht. Aber die Jungs sind Super-Battle-Raw auch sehr, sehr gut. Und ihr Active-Skill ist einfach eine extra Zusatzquelle. Eine extra Damage-Quelle. Danach könnt ihr komplett nochmal neu angreifen. Und von den Sets her sind sie auch groß. Sie haben auch sehr hohe Sets. Zum Beispiel ein LR-VG-Tool. Der kommt knapp ein bisschen über 18.000 Angriff. Goku hat natürlich auf 100%. 22.000 circa Angriff. So von den Sets her sind sie auch besser. Und eben von... Also ich betrachte immer die kompletten Karten. Von ihren Katorien und ihren Niederskills sind sie auch besser. Weil ein LR-VG-Tool. Okay, der Zeit-Aspekt bei VG-Tool-Reta. Der gibt nur 90%. Aber Potara und Fusion sind auf jeden Fall beschränkter als Goku's Lineage. Darum geht es mir, Freunde. Und ein LR-G-F ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber ein LR-G-F muss man schon mehr optimieren und anpassen auf LR-G-F statt einem Goku. Dementsprechend meiner Meinung auf jeden Fall und natürlich auch die Meinung der Community richtig. LR-Super-Sin für Goku auf jeden Fall der beste Karte momentan im Spiel. Ich hoffe, ihr habt ihn gezogen. Wenn nicht, wünsche ich euch noch sehr, sehr viel Spaß. Beziehungsweise sehr, sehr viel Glück. Wenn ihr ihn ziehen werdet. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Tag ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.